Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal Sofort und gleich schon da Leute Leute Heute zocken wir mal eine Sniper Map Geht er gleich? Jo Okay, suchst du dir eine Kiste aus? Er gleich? Ja So dann drücken wir mal auf Start Game Spawn wir Wenn wir für die Kiste noch looten können 50 Leben haben wir nur Leute Die müssen auch Wonshot sind Jetzt können wir uns ne Kiste Ah, wir kriegen sogar in der Map drin eine Kiste Siehst du das? Ja Gleich So, okay Hast du eine Kiste gefunden? Ja Gleich Wo sind sie? Ist das gegeneinander oder was? Ja, natürlich Ich muss jetzt mal einen Grabler hier zum Beispiel gegen Gleich Hier wird nicht gecampt gleich Hier wird nicht gecampt gleich Hier wird nicht gecampt gleich Du hast einen Grabler oder? Hast du einen Grabler? Gleich Das ist nie in der Kiste bin aus Deutschland Ich muss 360 No Scopes machen Leute Also Ergleich Aber jetzt für mich gibt es nur noch Scopes oder 360 No Scopes Okay Okay das geht nichts Ich brauche mich jetzt nicht versuchen da runter zu werfen Es gibt keinen Fallschaden Oh Oh Das war eine Kiste, Leute Hey Ergleich Wie geht's ihnen? Oh 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 Gut, oder? Das war eine Warnung, wo es ja nichts betrifft Bis zum nächsten Mal Wow Oh 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 Was ist das? Herr Gleis! Los! Sie kriegen mich auch noch! Übrigens wieder mal rechts hierher, Kevin Leute. Was denken sie sich gerade? Herr Gleis, was denken sie sich gerade? Übrigens Leute, ich gucke gerade auch auf Fernseher, weil die Hildes direkt nebeneinander nicht auf den Monitor. Ich weiß. Was? Was? Hast du ge-sealed? Was? Das war ein 360. Herr Gleis, das hast du nicht kommen sehen, oder? Herr Gleis? Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nicht gemacht. Das war's. Oder wenn ihr das Geräusch mit der Kontur, das ist nicht irgendwie ein Bug vom Video, das ist mein PC. Es ist nur Glück, no Scopes, dann gleich, dann gleich, no Scopes sind nur Glück, du musst nur Glück haben. Du musst einfach nur so ein bisschen auf mich zielen. Du musst nur Glück haben. Wenn du Glück hast, so wie ich, dann schaffst du es mal. Ergleich, ergleich sagt er auch mal was. Ergleich, sagen sie auch nichts mehr. Oh, der war komplett gleich. Leute, wenn ihr gleich nichts sehen würdet, dann ist ganz so ein Radar-FK. Oh, ergleich, das Nose kommt rauskauen. Oh, das ist witzig. Oh, das ist witzig. Oh, das ist witzig. Oh, das ist witzig. Oh nee, also, das ist witzig. Die Nosekops tun weh Nimm auch Double Yack Das ist Triple Yack Was? Das habe ich nicht gedacht Oh, ich sehe ihn Oh, ich sehe ihn nicht Oh, ich sehe ihn nicht Oh da Du bist noch so Ich sehe ihn nicht Und so Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn nicht Ich schau mal. Was? Wir hören gleich. So, DeLorean hat mir das gehofft. Warte. Oh, das Glück! Oh mein Gott, Leute. Hat das Glück. Alter, da gibt's auch einen Schuss, den du nicht triffst. Gibt's irgendeinen verfickten Scheissschuss, den du nicht triffst? Nicht jugendfreundlich. Das ist mir scheißegal. Das gibt's doch gar nicht. Du triffst jeden verfickten Scheissschuss. Oh Gott, ich hab jetzt mal gefiltert. Was? Wie cool. Wo wird es gleich? Welchen? Wo wird es gleich? Ah, hier. Was? Hallo. Oh mein Gott, der gleich. Der war krank, der Kill. Oder? Ich muss das schon echt stehen lassen. Der Kill war krank. Hallo. Pass auf. Okay. Koll es uste ihn. Also snakeside. Sunòn insot. 5 cm. Automation. Das ist passiert rein. Was ist denn mit der Nägmeiß? Was ist denn mit der Nägmeiß? Halt! Also, ich mach dir nach, okay? AHH! Hahahaha! Hörde! Das war's für heute, was ich? Ich habe gerade die Schrafen. Das war's für heute. Ey Leute, das war so ein Bock. Wenn ihr davon Teil 2 haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Nein, will keine haben. Nein, will keine haben. Ist langweilig. Ist cool. Ist langweilig. Nein. Oh. Ich höre ihn ja gleich. Denkt sich ja gleich. Nein. Ich höre ihn nicht. Oh, ich schreibe mich. Ich höre ihn nicht. Schwer ihn nicht. Es tut mir auf, die Hände. What? Was ist denn da? Oh wow du hast mir einen Headshot gegeben Oh, der Hecht! Ich weiß, der Hecht! Ich weiß, dass der Hecht hat. Oh komm, das kannst du doch nicht die ganze Zeit machen jetzt. Das kannst du doch nicht machen, ey! Das kannst du doch nicht... Hör auf, hör auf! Was? Was? Das gibt es nicht, okay. Okay! Guck mal! Da bist du tot, ey! So was machst du auch jetzt damit? Hör mal auf, so zu campen ohne! Das ist kein Campen! Das ist ätzend! Das ist überhaupt kein Campen! Das ist so ein ätzend! Ja, das ist auch ätzend, was du machst! Was denn? Die ganze Zeit hier mich killen und so eine Scheiße da! Das ist ja die... Das ist ja der Sinn des Spiels! Du machst doch! Du bist doch eine Axt da! Du gehst einfach vor allem weg! Ich renne nicht vor allem weg! Natürlich! Alter, du gehst nicht in die halbe Aräne um vor mir wegzukommen! Natürlich rennst du vor mir weg! Komm ich hier wieder raus? Was war das denn? Wohin ich denn darf erst! Ja, einfach mit der Pulsenhaden rauspusten! Pass auf! Wollen wir mal wieder richtig schön loskommen! Hallo! 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 Ich hab keine Schlüssel mehr! Doch, hast du! Um so viel nachladen! Alles auf Null! Ja, natürlich! Guck bei mir auch! Alles auf Eins! Machst du einen Endeschuss! Das wusste ich nicht! Machst du einen Endeschuss für Grappler und so! So! Ich finde dein Spielmodus richtig nice Leute! Ist total bescheuert! Was? Ist total bescheuert! Was denn? Ich weiß was dich am meisten nervt! Was denn? Ja! Ach komm schon! Ist das dein Ernst? Du musst jetzt nicht da hoch? Bei uns die ganze Zeit! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Genau! Komm runter! Komm runter! Komm mal! Los komm Pebble! Komm! Ah, es ist gut! Los komm! Los komm mal! Was bist du da? Okay, also, dann enden wir uns das heutige Video gefallen, dann wünsche ich mich sehr beinahe und bis dann rein und warte mal, Leute, schreibt in die Kommentare, Hashtag weiter, wenn wir noch eine Runde noch spielen sollen. Bis dann rein und tschüss.